ich brauche helfe ist in arbeit die holen mich, ich glaube die kommen rum ne ne kommt sie nicht, oh du hast einen erwischt, du hast einen erwischt, das wird schon ja dann, äh, legen wir mal ein bisschen hier die, äh ich glaube nordost kommt was ins vorrhein, aber das interessiert uns ja erstmal nicht Kavalerie kommt, ping mal, wo ist der, der ist hier außen an der Mauer, du kannst rein, ne ne ne, kann ich nicht, der sitzt hier direkt dran, äh, der toastet mich, ja, grüß, wir gehen raus an den armen Jungen, sehr gut gemacht, bisschen stressig, voll das Chaos, naja, gut, schon mal ansetzen Dach, hier oben Dach, an einer vom anderen Team, oh fuck Einer ist da reingelockt, sehr schön, wunderschön geschossen, Konsummobil hier Au, alter, gib mir clean durch die Wand Lass uns mal rumrotieren, sehr schön Lass uns mal reinpushen Vielleicht Ja Ja, let's do it, komm Aber ich rotier von der anderen Seite, warte Kurz vor Ich hab mega random einer rum, keine ahnung was mit dem los war Ja Ja, das ist, ja, da hatte ich was mit zu tun Ich nehm mal die Kabinen, Officer, ist mir jetzt im Infight besser hier Oben, oder was? Tür ist auf, Schiebetür Uh, knapp mit der Schrot Zwei Rügel noch, zwei Einer ist schon hier drin Ich muss mich hielen Drei sind da jetzt, was du fick Einige erwischt auf dem Dach, draußen Gleichsam geben wir die Heating-Items aus Nicht so gut Zwei sind oben drin, im Gebäude Tot Alter Okay, letzter, komm, den stichen wir ab Hinten im Gebäude, im Eck Ja Ja, ich bin die ganze Zeit hier Muss ich mal auf Expedition gehen Alter Hand Ah, hier ist was Man, ich hasse die Bornheim Oh, die sind rotiert Die sind jetzt North East beide Äh, anderes Team Oder? Nee Ich Oh Gott, der jagt mich Ich brauche Hilfe Mann, was trifft der auch so gut Wie ganz schlecht wird Ja, nee, das war scheiß Nice Risky Aber ja Vielleicht kannst du jetzt quasi gegen rotieren Jetzt hast du wieder Healing, oder? Ja, nee, ich hab so nen Perk, dass ich Leben kriege, wenn ich den Hunter loote Hä, hast du nicht Medikids, drei Stück? Hä, wie hab ich die denn gekriegt? Bist du verwirrt, Alter? Nee, die hatte ich vorhin nicht mehr Die hatte ich vorhin nicht, dann muss ich die durchs Looten irgendwie gekriegt haben Ja, okay, ja dann Play it safe Wir haben zu viel geleistet Und das jetzt hier noch Ja, ja, ja Ich hab noch genug AP, ich kann das ab Und er war schon mal down, ne Er ist lower als er sollte Ja, nice Dann rotier doch so, dass du mich kriegst, oder? Kurz hoch, kurz hoch Im Zwischengang, ja Im Matsch Dein Buddy brennt, mein Freund Nice Er ruinet's Och, geil Lecker Mua Das geht runter wie Lebertrane Oh, geil, ey Gubi